Phase. Mal gucken. Ja, Boss-Time in Dark Souls 3. Gucken wir mal. Da komm ja, du Lude. Mal gucken, ob ich die Attacken noch drauf hab. Nein. Das war schon das Feuer, ne? Scheiße. Okay, fail. Gut Gesicht. Gut Gesicht. Naja, ich hab... Eigentlich hab ich eher so eine Pornolanze wie der Gegner. Der Gegner hat eine Pornolanze wie du. Naja, andersrum. Ich hab doch letztes Mal... Ich hab doch letztes Mal das Drachentöter-Cosplay im Spiel gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die Timings noch drauf hab. Das wird böse, ey. Das wird böse. Na, are you mad, bro? Okay. Okay. Okay, das hab ich versaut. Das nicht. Das nicht. Das nicht, außer ich muss. Gott. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ist jetzt gut. Kannst du auch noch was anderes? Das ist wie damals. Kennt ihr das noch? Die Freunde, die immer dieselbe Kombo gemacht haben mit Andy, Eddie in Tekken 3 und ihr irgendwann an die Decke gegangen seid. Kannst doch mal was anderes machen. Du machst immer nur dieselbe Kombo. Geht doch jetzt bei den Controller ab. Okay. T2, ja? Ja, jetzt wird er sauer. Aber ich hasse diesen Blitzangriff. Aber ich hab meine Blitzresi nicht drin. Ich Idiot. Das könnte scheiße werden. Das ist ein Blitzresi nicht drin. Ich bin hier. Das war ungünstig. Scheiße. Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Alter, jetzt gehen wir mal nicht auf den Sack. Oh, das ist der schwerste Bot im Spiel. Okay, also mittlerweile, ich kann es mittlerweile. Hätte ich gegen andere mehr Probleme gehabt. Ja, der Finisher war gut. Ja, nett. Nett, nett. 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 Nett.